Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich glaube schon, dass er wirklich tiefer sieht in der Seele als bei den meisten. Er schreibt genau diese dunkle Bereiche. Das kommt von etwas anderes. Giger ist nicht nur der Mann, der in diesem anderen Welt ist. Er hat sich an uns. Er fühlt sich im unheimlichen Zuhause. Das, was wir alle fliehen, ist zuhause. Es ist alles anders als ein Orlando. Das ist so, ich kenne Hans Frölin, ein Visionärer. Das ist so, ich kenne mich. Um den Traum zurückzukehren. Aber es ist selten möglich, die wenigsten Menschen getrauen sich, ihre Träume zu erzählen oder darzustellen. Ich denke immer wieder, wenn ich das Bild dem Vater oder der Mutter zeige, die verschrecken ja zu Tod. Das ist so, ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich.